Los. Alles läuft. Also, dann 3, 2, 1, Stopp! Ich wollte nur noch sagen, lass doch nicht auffallen. 3, 2, 1, einer von euch fängt jetzt nicht mal an. Ich mach's. 3, 2, 1 und los geht's! Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Starboard. Nee, falsch, Minecraft. Ja, Starboard war fast richtig, ne? Mit drei anderen Vögel. Starcraft. Starcraft. Hier, du hast Freude vergessen. Lass den Schaf in Ruhe, den Willi kann. Zu spät. Ich geb dir wohl, wenn du möchtest. Ja, wir sind Freude. Egal, was die anderen jetzt machen, ich hab hier irgendwie so ein geiles Secret gefunden und bevor ich dann irgendwie so leid, L.A. Ja, also, wirklich. Na, im Ernst, ich hab wirklich Secret gerade gekonnt. Ich hab nur keine Ahnung, was ist. Das ist ein Haus auf dem Meer. Moment, das ist Hardy drin. Das ist Hardys Haus auf dem Meer. Ey, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich hab noch ganz viel. Ah, er hat keine Hose. Ich hab nichts. Ich geh weg. Oder ich zieh das T-Shirt auch noch aus. Ich will da nur gucken. Äh, Level up. Hier, liegen hier unten. Danke. Damit die überlebt und jetzt bauen wir ein Haus. Scheiße, komm. Bauen wir jetzt ein Haus, ja. Danke, bitte. Ich hab' den Gemeinschaft einfach abbauen, was so. Ja, stimmt. Für die Betten und so. Oh, ja, was. Ja, das ist hier. Hallo Katze. Hallo Katze. Hallo Katze. Hallo Katze. Ich hör's nur Hallo Joks. Die Katze geht jetzt wirklich mal ein bisschen Häusern. Okay. Aber hier, die Katze. Hab' ich recht, woher die Katze. Warte, ich ruf mal schnell Queen Peep an, auf die Kälte. Ich meine. Mann, da denke ich, ich find das Secret und dann ist es so hart. Ich hab' nur noch ein Herz. Mann. Du musst essen, Jungs. Du musst essen. Ich geh' meinen Sumpf zurück, glaub' ich. Hält mich Essen bei Thorax? Was? Wenn du tolles Essen hast, halte ich das auch hoch. Ah, gut zu wissen. Ja. Ich hab' wie lange ich keinen Minecraft mehr gespielt habe. Wie gar nicht, ey. Sehr geil. Hast du damals überhaupt Essen schon, als du Minecraft gespielt hast? Ja, Essen gab's doch schon immer, oder? Oh, da stand die Mauer noch, ey. Essen gab's eben nicht schon immer. Klar. Ja. Aber frag mal drüben da. Wo im besten? Am Anfang hast du direkt die Herzen geheilt und dann nicht mehr. Ja, aber das mit dem Heiligen, das nicht sowas bringt, das meine ich jetzt damit. Ja, das stimmt. So meint ihr das? Ja, so meinte ich das. Oh, cool. Entschuldigung, das geliebt dich. Ich dachte, der hat mich schon im Auge gut. Im Auge? Ja. Ah, das tut bestimmt nie. Angespritzt. Wo sind wir? Ah, ich hab den brennenden Dreckpenis gesehen. Du bist hier ein Steinpenis, bitte. Oh, mein Penis. Du meinst, du nach ihm für unsere Hütte. Ich hab doch mal einen kleinen Erdbeeren. Ins Penis hochfaktieren. Jetzt dürfen wir die Folge auch nicht mehr hochladen, weil's... Es sei denn, du hast auch die Rechte für Penisse. Die hat man als Mann automatisch. Ich hab mein Penis in der Mitte, nicht auf rechts. Nur ein Krippermann. So. Kannst du das ausmachen, Alter. Das wird schön nebenregeliert und farmen. Ja. Farm, farm, farm. Falls jemand sich gerade fragt, warum ich hier so dämisch durch die Welt renne, ich hab keine Ahnung mehr, wo meine Kiste ist. Das mache ich auch immer. Brennst du immer so dämisch auf, Arschloch. Ja, aber dieses Mal renne ich aus anderen Gründen weg. Ach ja. Aus Gründen. Nicht, weil mich wieder Hadi oder so verprügelt oder sowas. Ach so, ja. Die typischen Idioten. Ich war mal ehrlich. Ich hab irgendwie so das Gefühl, es bohren eine ganze Menge Zeug noch. Ja, ja, ja. Ich boh, ey. Das finde ich sicher. Nee, du bist nicht sicher. Never. Boah. Ich glaube nicht. Genau. Aber ich denke, ich habe gerade meine Kiste wiedergefunden. Oh, scheiße. Ich hab gerade drei Kniepern, Spelletten, eine Spinne und zwei Zombies gefunden. Äh, ich geh mal weg. Geh mal lieber weg da. Tschüss, Jungs. Nee, nee, ihr braucht nicht hinterherkommen. Nee. Nee, nee. Ist nötig. Lass mich mal alle in Ruhe. Warte mal Hadi seine Hütte. Ich seh's gar nicht. Ja, ich will die auch anzünden. Äh, gucken. Es gibt nichts zu sehen, liebe Leute. Es gibt nichts zu sehen. Es anzünden wird tatsächlich ziemlich schwer. Das Ding ist auf Wasser. Gehen Sie weiter. Ach, wenn es aus Deutsch gehört, dann ist auf Blumen. Na. Nicht physisch gut. Äh, physisch irgendwo. Hey, ich habe meine Schuhe wiedergefunden. Juhu. Schön, gut. Sehr gut. Der Tag wird besser. Ich bin eine freundige Folge. Das ist so schön. Ja. Das wird der Titel meiner Folge. Die Schuhe sind zurück oder so. Oh Gott, ich wollte gerade hinterherrennen und dann machst du sowas. Ja, geht weg alle. Also sag ich nochmal, wie viele Viecher hier spawnen, oder? Oh, völlig normal. Also für Peaceful ist das echt... Alter, fünf. Ich glaube, mich hat er auf hart gestellt, ey. Micha, wenn du siehst, wir hatten die. Er guckt sich das jetzt gerade wahrscheinlich an auf dem Channel, so mit Popcorn und so. Der feiert sich gerade in den Lippe von den Nachrichten. Und einer weißen Katze auf den Arm. Und ein kleines selbes. Alles geht, ich könnte ja aus. Was? Aber was denn? Ah. Da wollte ich noch zu dir kommen und dich töten oder retten. Und dann sowas. Mann, ey, scheiß Kripo. Wo ist mein scheiß Kripo? Ich bleib bei deinem Zeug stehen, ja? Ich muss doch auch. Äh, danke, danke. Alter, ganz ein Level weg, ey. Zack. Hier ist alles voll mit diesen scheiß grünen Knallern, ey. Oh, scheiß, ich brauche mich einfach jetzt einfach ein, so. Hallo, du Schaf. Ich mache jetzt dich kalt und bin deine Wolle. Ja, doch, wirst du einen. Die fährt ja nicht einfach so in die Luft sprengen, ey. Oh, scheiße. Wahrscheinlich die Afghane. So ein Ausdreck ist weg, ist weg. Alter, da kommt Lava aus den Steinen. Oh, ich kann das unter Wasser gucken, da ist Lava. Das ist schön, wir haben die Afghane. Wer hat sich eigentlich den Scheiß mit den Mini-Zombies ausgedacht? Ich weiß nicht, wie cool. Mini-Zombies, ey, ha? Yes, let's go. Yes, let's go. Ich spiele auf solche automatischen Verschreiter öffnen von den Türen. Hey. Oh, Mensch. Will für mal diesen netten Zombies da. Ich habe hier gerade irgendwie voll Zombie-Apokalypse. Oh, wie kann man nochmal zurückporten? Da sind ja Dead Rising 3, ne? Was steht hier mit dummes Zeug rum? Mein dummes Zeug! Was tut denn? AAAAAAAA! AAAAAAAA! Wie will ich sterben? Im Zoom-Fender-Apredet. Sind du schön zum Sterben? Das Danach geht, hätte ich eben auch nicht sterben geworben können. Naja, also... Schwein! Creeper! Und? Katze im Haus, Elefant. Kinder. Und Katze im Haus? Ebenfach auf eigentlich. So. Ob du wirklich richtig stehst? Siehst du, wenn du es dringst? Ja, das war so ganz fein. Jetzt ist keine schöne große Höhe, da drunter und es stört, weil ihr so ein paar Honigsteuer. Ach, eh? Ja, was? Wo bist denn du? Nein, hier. Komm, wir treffen uns steigende Penis. Nein, Zombie! Ich komm. Ja, ne, ich muss nicht los. Nein, will ich sterben, lass mich nicht los. Wir haben auch schon los. Hilfe! Ich hab Husten. Das kannst du halten. Ich stehe jetzt direkt am steigende Penis. Aua, Mann, Fick! Ich komme. Oh, scheiß Skelette. Ich stehe jetzt am steigende Penis und werde irgendwas vom Geschlechtsverkehr. Jetzt kriege ich Angst. Ach, der redet vom Geschlechtsverkehr. Ach, nicht haltet, scheiße. Reba! Ich hab auch. Ich hab hier... Das ist auch, dass der Penis drin bleibt. Huh! Der ist sicher. Ja, hier kommt hier nicht rüber. Da ist eine meterlange Klippe davor. Ja! Das ist auch, dass der Penis drin ist. Ah! Ah! Das muss zusammen in den Kampf ziehen. Hilfe! Ah! Ah! Steht dir der Pfeil im Kopf? Danke! Ähm, ich weiß nicht mehr, wo die Höhle ist. Oh, ich vollidiot! Ich stehe vorm Zombie und schmeiß einfach mein Schwer direkt zu ihm. Und er lebt natürlich auch? Nein, da hat's nicht am Klammisch. Nur deutsch. Ja, hier unten war's. Wo denn? Wo bist du jetzt schon? Hier, hier runter. Hallo, um hier. Aber es wird langsam Tag. Ach klar. Das ist schon mal ein Wort. Ach klar. Und hier ist irgendwo ein... Hier, guck mal. Ach, was? Ach, was? Das war doch ein Eins von mir, oder? War ein Eins? Oh, ich freu mich hier, wer ist so... Oh, scheiße, toll schon wieder. Festung des Untergangs. Oh, die baue ich mir, die baue ich mir jetzt. Komplett erst auf sie die Hand. Du bist nicht Superman. War das nicht so fest in der Einsamkeit, da, Superman? Ja, mein... Das hab ich ja auch grad gedacht. Ich wollte nicht auf meine F-Word durchgehen, bist du? Das ist so als Cybernerd, weil du Festung warst, oder wie? Fail. Fail mich, fail mich. La 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 la. Hallo Zombies. You're Shrine, sir. Schweizer? Ja, genau. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Oh, ich bin. Sehr stärker wie ich. Und Enderman, genau. Und ich brenne, ich bin on fire. Girl Motherfucker. Burn, burn, burn. This is true. Und ich habe ganz viel Eisen, ich baue mir es in Eisenhaus. Ein Eisenhaus? Ja, genau. Girl, no. Das nenn ich dann Apple. Oh, dieser Strike. Wir sammeln übrigens Strikes. Also, wessen Kanal zuerst geschlossen wird. Ja, mein, wir sind wie in der Baseball-Liga. Das sind die der anderen. Oh, der ist mir gerade scheißegal, wie die Hütte am Ende aussieht. Scheißegal. Aber ich bin irgendwo drin. Hey, kann man irgendwo drin? Ja, mein. Bin da nicht so wehlerisch. Auch anywhere in genannt. Ja, mein. Voll krass rein da, ey. Voll krass, ey. Oh, Mann. Ich dachte, das ist überall so. Nee, nur im Spiel. Ach so, dann kann ich einfach gleich vom Dach springen. Cool. Ja, das mache ich jeden Morgen. Zum Frühstück. Das ist mein Frühstück. Ja, aber nicht mehr. Äh, wo wollen die ziehen die Bergwahl? Ja, das macht mir Schönes. Äh, ich habe ein Sehen. Oh, so, hier siehst du das, Ananas. Ananas? Ja, dann. Ich mache Ananas, ja. Mittlerweile ist es jetzt eh übersichtig geworden, seit ich ganz Räume weg sind. Ich versuche so zweifeln, wie mir ein Haus zu bauen. Oh. Baum. Oh, Eisenschlitzhacke. Weil Baum. Ja. Best Level, Fischer, nicht bis 19. Ich bin 9 bei jedem gestorben. Null. Ich bin nicht so erpicht auf Level. Ich? Ich bin Chanken, Junge. Nur auf View, Alter. Ey, ich spiele das Spiel so ein bisschen auf Hippie. Hippie gegen Spiele mit Gewalterstellung. Hipster. Ja. Freck ist jetzt voll. Freck ist der Hellstar. Ich spiele das friedlich. Ein Inventory ist voll. Pure Linespitz ist friedlich. Ja. Freude is home. Freude is home. Weg damit. Ah, sehr weg. Meins. Da klaue ich gleich mal alles raus aus der Bogen. Damit. Weck damit. Jetzt nicht mehr. Hahaha. Oh Mann. Das ist so ein Schwein. Der größte Held der Welt. Ja. Das stimmt. Geh dir mal mit deiner Größe an, ey. So. Die arme Kuh. Ja sicher. Ja sicher. Ja sicher. Ja sicher. Ja sicher. Ja sicher. Ich mach mir ganz für einen Zombie. Was steht da? Drei Zombies und fünf Creeper. Alter, gibt es hier keine Bäume mehr auf dem? Ich verwendet. Hallo. Hey. ETF. Was ist das für eine mickige Karte? Ich hab meinen Sumpf. Da kommen wir jetzt gleich alle. Das geht ja gleich trocken, Kollege. Da ist meine Insel. Kann ich aus den Pferden Salami machen? Nein. Ach. Wir sind ja nicht bei Lidl. Ich kenn einen guten Pferdemetzger. Ja? Ja. Ich kenn einen guten Orkmetzger. Herrlich. Alter, hier müssen doch immer Bäume sein. Ah, bei Hardy auf dem Island ist ein Baum. Okay. Wie lang? Das hab ich mir gepflanzt. Was ist der letzte Überlebende seiner Art? Nicht mehr lange, Alter. Nicht mehr lange, jawohl. Den mach ich platt. Und jetzt schön, wenn ich hier überall irgendwo komische Orte umstehe. Reudi, keine Angst, wenn du in den Spiegel willst. Du guckst auf die Ecke und schaust dich kippern. Muss man mal gleich wieder die Rollung zusammen machen. Boah, wie er sich gerade als Schwiebel bezeichnet, ey. Mieses Durchbruch ever. Quatsch. Ja, super. Mir ist der Stein ausgegangen. Ja, Farmlegen. Ich muss sagen, wir bauen jetzt ein Schiff und verpissen uns von der Insel, die ist kacke. Ich baue hier gerade ein Haus drauf. Lass mich rollen. Das heißt, ich mach die Insel erstmal leer. Was kannst du hier noch leer machen? Ist nichts. Ähm, doch. Es gibt doch Setzlinge, baue Bäume an, ey. Ich glaube, wenn ich mal Bäume, wo ich Setzlinge rauskriegen könnte. Ich hatte doch vorhin welche zugeschmissen und jetzt mich verarschen. Zwei Stück willst du mich verarschen? Das waren zehn Stück. Drei Stück habe ich noch. Das hast du behalten. Was dürfen wir jetzt hier noch rausgeschmissen? Halt die Fressekuh. Baum. Baum. Papistisch, du Mistvieh. Geht doch. Geht doch. Oh, noch ein Baum. Super. Halt drei Jahre warten, bis die Kacke gewachsen ist. Ey, sie sehen Bäume. Du kannst auch Knochen zu Knochenmehl machen und draufhauen, dann sind sie direkt gewachsen. Richtig. Gibt es das noch oder wollen sie das rausnehmen? Es dauert länger. Also du machst nicht mehr, dass es mit einem Mal klappt, aber es funktioniert nicht. Nö, ich habe Bäume entdeckt, ist mir jetzt scheißegal. Mir doch scheißegal. Ich bin jetzt bockig. Spiel nicht mehr mit euch. Immer mit Beanboy. Ich bin sowieso stinkig. Beanboy. Beanboy, oh yeah. Mein Boy. Best Let's Player ever. Ja, das ist wirklich. Vergiss Kronk. Schließlich hat der eine Facecam drin, ja. Ja, Mann. Ganz großes Kino. Bei Minecraft. Ja, Mann. Den musst du dir echt mal angucken, der ist ja Hammer. Der ist echt, das ist mega. Der beste Deutsch, den es gibt. Mit Abstand. Ja, mit Abstand. Und die Mutter ist so eine Milf, ey. Macht einfach Tirolos rum. Da gibt es doch gar nicht, ey. Ist das ein Nerves, was wir den machen? Müsst man eigentlich mal unten in der Subbox verlinken. Eigentlich ja, total. Mach ich mit Sicherheit nicht. Der hat ja auch so wenig Abos. Der wird, glaube ich, mehr wie du, oder? Ja. Ihr seid bestimmt verlinken, ey. Beanboy, ich will so sein wie du. Total beschissen und schlecht. Das war nicht frech. Doch. Du kennst mich, du hast mit mir den Zotei-Kumpel genommen. Das stimmt. Da waren ja wohl noch krassere Dinge bei. Wie weit ist denn die Folge? Welche? Die jetzt gerade. Die ist bei 16.27. Okay, dann gehen wir in ein paar Minuten. So. Genau. Jetzt sind ja die Träger voll. Oh, holz, holz dich. Holz dich, holz dich. Hab dir holz. Frott, frott, kaputt. Ey, ey, ich hab hier so viel Scheiß im Inventar. Tschüss, du Blume. Äh, wer scheiß denn dir als Inventar? Das ist nicht frech. Hey, dann, Alter. Mohn, ey. Wenig Hai werden. Sand. Genau, beruhig ummer. Ach, was ist das Fleisch hier? Du schaffst, kannst du haben. Was hat die eigentlich so ein neuer gemacht? Nix. Äh, geschlafen. Du hast keine. War das schon jetzt auch mal weh? Was? Wie? Frohe neue, Hadi. Frohe neue, Hadi. Ja, frohe, nice. Wir haben nicht mehr 2012. Nee, nicht mehr, nicht mehr ganz, nee. Wir sind bei 2017, Hadi. Du sitzt so viel vorm Computer, wenn, ne? Hat wir als Internet gestreikt? Internet Explorer. Was ist das denn da nicht? Ja, Internet Explorer kennst du nicht, oder was? Hat Hadi bestimmt einen Reindruck. Internet Explorer. Am meisten musst du Browser zum Daumen. Ist das auch auf diesen großen Disketten, die immer so lange laden? Ja. Das ist noch zu modern für dich, Han. Junge, Junge. Oh, das muss nicht schön werden, das muss einfach nur ein Haus sein. Haus. Weil, Haus. Einmal ein Meter reicht vollkommen. Ja, ich denke auch. Da muss nur ein Bett drin. Für dich braucht es nicht mehr. Du brauchst aber zweimal als eins. Och, musst doch Glückscheiß-Ronos. Okay, Mensch, mal Glückscheiße, Alter. Na und? Oh, scheiße, ich zeig falsche Wort. Na und? Ich darf das. Richtig. Ich hab einen Dachschein. Hallo, Freudi. Hi. Hallo. Mann, ist das großzügig hier drin. Fassbar. Ja. Da kickt man den Kotzen. Oh, scheiße. Schon wieder fällig über. Da könnte man den Dall loskotzen. Einfach so. Voll und essen. Voll und ab und daschen. In der Akten daschen. Ja. Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet, aber... Hat jemand noch essen? Ja. Ja. Mehr als genug. Ich hab mir ja keine Ahnung, wo ihr seid, aber gut. Wahrscheinlich seid ihr schon auf einer anderen Insel oder so, ne? Nö. Schon auf einem anderen Planeten. Nein, ne, auf einem anderen Server. Schon wieder auf einem anderen Spiel. Ja, jetzt ist es doch nicht gewählt, ne? Junke, Junke. So. Ich hab jetzt gleich mein bestes, das beste Haus der Welt fertig. Ja? Es hat nicht mal ein Dach, aber... Ist egal. Es wird mich vor dem Regen schützen. Nicht mal ein Dach. Wenn ich... Es sollte dich nicht vor dem Regen schützen ohne Dach. Das ist so. Nein, es wird mich vor dem Regen schützen, wenn ich im Türrahmen stehe. Das ist viel wert. Ja, es hat ein Türrahmen. Haben wir nicht alle Häuser? So. Ich sollte vielleicht mal dieses gefährlich klaffende Loch in den tötlichen Abgrund vielleicht zumachen. Nein, also... Mit dem Haus ist das nicht so gut. Kommt nicht so gut. Doch, doch. Kommt immer gut. So. Ach, das sieht doch super aus. Ich brauch deine Hacke. Joe. Das ist wie zu Hause hier gerade. Also ich fühl mich heimisch hier. Was hab ich denn jetzt gefunden? Was hab ich denn hier geangelt? Ein Namensschild, ah. Oh cool, wie heißt die? Ich kann Tiere umbenennen. Ich kann Tiere umbenennen, ja. Nicht mich. So, dann machen wir jetzt mal Türen hier, ne. Ihhh, Türen. Nur Orks brauchen Türen. Ja. Ich will halt gerade dasselbe machen wie er. Türen? Ja, nee, eh nicht. Also eine Türe. Ja, aber ich hab zwei. Oh, wo bist du dran? Bonsen, ey. Bonsen. Und jetzt werd ich voll zum Minecraft Redstone. Pro. Ich werd mir nämlich jetzt Druckplatten vor die Tür machen, damit ich drauf trete, dass sie aufgehen. Ja, doch. Das machen nur Menschen, die zu faul sind, die Scheiße aufzumachen. Richtig. So, jetzt hätt ich doch gern Dach, aber sonst ist es okay. Dächer? Du bist richtiges Mädchen. Ja. Vielleicht willst du dem jetzt noch ne Heizung haben oder so. Übertreibst du mal nicht? Das ist ein Ork. Sein vorderster Überteilung bauen darf. Stimmt, ey. Oder hast du dich hier rinlassen? Deswegen haben wir ja nen Sumpf verdammt. Das passt. Das ist eigentlich mein Exil. So, jetzt hab ich nur ofen. Haha, jetzt. Du hast schon drauf. Ja, ja, also. Jetzt vor ofen, wenn man keine werden beangeln. So. Ich hab schon fertig geangelt. Dann geplant. Ein Lied und Einnahmsschild gefunden. Das ist ein bisschen schmerzender. Das ist ein bisschen schmerzender, ey. Weißt du, ich brauch was zu fressen. Will Fisch angeln. Kai, ich hab nen Sattel. Das ist auch nicht viel besser. Hinter dem Haus ist uns genett. Wo kommt das Schaf her? Ey, sonst kannst du jetzt ein Pferd zatteln. Ja. Ich nicht. Hat aber zum Reiz. Das stimmt, wow. Nenn es den Ferdinand. Das ist ein Fuchsnabe. Schlechter ist der Spruch, er war. War richtig beschissen. Ja, natürlich. Ich dachte, ich darf hier nicht eingestellt worden. Ja, stimmt. Entschuldigung. Mein Fehler. So, den Ork halt gleich übertrumpft. Ich hab nen Dach. Oh, scheiße. Aber auch kein Dach. Oh, du, 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 du Hipster. Du Hipster? Genau. Ich hab nen Höhle, der ist schon cool bevor es geregelt hat. Oh, bitte steh. Hätt mich am Arsch. Ach, man braucht kein Dach, wenn man in der Wüste wohnt. Da ist. Ja, genau. Wo er recht hat. Fick dich, Zombie. Nananana. Nananana. In meinem Haus tauchen jede Menge Tiere auf. Hier ist ein Schaf, da ist Hütchen. Wo kommt ihr her? Boah, wer hustet denn hier? Voll ins Mikrofon, Alter. Ich hab auch gepresst. Oh, das ist eine Freude, den ich niest. Ja, stimmt. Stimmt, du kennst, man sieht ihn doch gar nicht. Doch, doch. Das ist kein Niesen, das ist ein Orkan. Hey, ich hab einen Ofen. Heiße Angelegenheit. Ja, ich hab Gras in der Hütte. Yeah, ich komm vorbei. Gerade ist so ein Gras in der Hütte. Mein Gras. So, während Nachmittag ich ein Fisch machen kann, werde ich mein Gras. Werde ich mal einen Brunnen verlegen, wa? Mal so Laminat oder so. Ein paar Ohre verlegen, na klar. Ja, die kommt in die rüber. Freu dir, die alte Kuhschubster. Frechheit. Das fängt ja ein. Das Hütchen hat mich ausgesperrt. So, mach da mal bitte meine Tür nicht um, ne? Von wegen hier. Irgendwann kriegt das nicht mit. Ich brauch ein objektes Dach, jetzt kommen Zombies rein. Jetzt können wir auch nächstens zwei hoch machen können. Och, die Fische, ey, die beißen halt nicht gut. Nee. Das ist ja auch froh, das tut man sehen, wenn sie beißen. Ja, das stimmt. Wenn so ein riesen, riesen Hai ankommt. Komm schon, noch mal. Och, ernsthaft, ey, jetzt fehlt mir hier eh so ein scheiß Holzstück. Und ich bin tot. Übrigens, wenn man vom Zoo hoch umbaut, ach, ey, das kann mir nicht passieren, ich hab ein Dach. Du hast gesagt, ich soll die Mauer höher bauen. Zwei hoch, nicht 200, Mann. Ach so, drück dich doch klarer aus. Das ist wie 1000 groß gemacht, wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt noch mehr Wolle hätte, können wir schon mal ein Bett bauen. Also, ich bin jetzt soweit nach 25 Minuten. Dann hab ich ganz viel Holzbohr. Das ist eigentlich echt mal ne gute Sache. Hab ich jetzt fortvergessen. Tja. Spielverderber. Oh krass, ich brauche mir erst mal einen Wald. Wow. Okay, ja, dann würd ich sagen, moderieren wir mal ab. Tschö. Ich spreche ein Waldbauer. Ja, das will keiner sehen. Das stimmt. Guckt euch lieber meinen Wald an, der ist schon gebaut. Das sieht man nur, wenn du stirbst, oder ne? Der ist schlimm. Eine Sache ganz kurz erwähnt, gut für die Leute, die denken, die sehen das auf meinem Channel. Nein, werdet ihr erst mal nicht, weil ich mit der Aufnahme und so wegen Renovierung und... Guckt das bei den anderen. Ja, ich bin bei dem, schreibt den mal in die Kommentare, dass sie stinken und ein Kurs sind. So, das habe ich jetzt auch Video, dass wir dich melden. Mach das. Kannst du mir dann in die Kommentare schreiben? Sie morgen bei Kay auf dem Zoo und Tycoon Let's Play sehen muss, gehört mir mittlerweile Google und das wird die Leitung und Microsoft. Und Microsoft. Ja. Oh. Gut, der hat mir auch, der hat den Geld. Was für eine Freakshow alle.